Hallo, mein Name ist Henry, ich bin Mediengestalter und forsche zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel Bildung, Sprache, Politik und Computerspielen. Und ich bin auf Rezos neues Zerstörungsvideo gestoßen und habe mir gedacht, dass ich mich nun wirklich einmal intensiver damit auseinandersetzen möchte, nachdem ich es bei seinen vergangenen Videos aus zeitlichen Gründen nicht geschafft habe. Dieses Mal nehme ich mir aber die Zeit und lade euch dazu ein, die Funktionsweise seiner Argumente näher zu untersuchen. Dabei gehe ich vor allem darauf ein, welche Mittel Rezo nutzt, um ein solches Video zu erstellen und andere Menschen von seinen Inhalten zu überzeugen. Doch bevor ich damit anfangen kann, muss ich noch ein paar Sachen klären. Ich gehe zunächst einmal davon aus, dass eine bessere Welt erreicht werden kann, wenn wir versuchen, die Probleme unserer Welt anzugehen und zu lösen. Und ich gehe davon aus, dass sich die Probleme unserer Welt lösen lassen, wenn man die Welt, in der wir leben, besser versteht, da man dadurch die Zusammenhänge sowie die Entstehung der Probleme begreifen und ihr Auftreten eher verhindern kann. Aus diesem Grund möchte ich, dass Gespräche geführt werden, die sich um Aufrichtigkeit und dementsprechend um ein besseres Verständnis bemühen. Rezos Video Zerstörung Teil 1 Inkompetenz ist dabei ein wichtiger Beitrag, auch in der Diskussion zur Bundestagswahl. Denn Rezo ist selbst eine wichtige Person im öffentlichen politischen Diskurs und bewährt sich dort durch Videos mit Millionen Klicks. Ich bin Rezo gegenüber sehr positiv eingestellt, da ich seine direkte Art schätze und mit seinen Argumenten sehr häufig mitgehen kann. Dennoch habe ich mir vorgenommen, das neue Video in Bezug auf seine Aufrichtigkeit hin zu untersuchen und auf Elemente hinzuweisen, die mir dabei auffallen. In meiner Untersuchung folge ich dabei drei übergeordneten Fragen, die sich aus meinem Verständnis von Manipulationsversuchen ergeben. Dies sind erstens wird die eigene Rhetorik kritisch reflektiert, zweitens gibt es eine Auseinandersetzung mit Beurteilungsfehlern und drittens sind die Argumente abgesichert und wenn möglich gut abgesichert. Die Fragen sind für mich nach der Wichtigkeit geordnet, da die beiden ersten Fragen eine Voraussetzung dafür sind, ob eine weitere Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Argumenten überhaupt sinnvoll ist. Dabei geht es mir nicht darum, jede Einzelheit zu analysieren, sondern Möglichkeiten anzubieten, Rezo's Rhetorik grundsätzlich näher zu untersuchen. Wer diese Methode kritisch hinterfragen möchte, findet auf meiner Webseite eine genauere Beschreibung und entsprechende Begründungen für die Auswahl. Bevor ich mit der konkreten Untersuchung beginne, möchte ich kurz darauf eingehen, was ich unter Manipulation und Manipulationsprävention verstehe, da ich denke, dass diese Erläuterung dabei hilft, besser nachzuvollziehen, was meine Herangehensweise auszeichnet. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich dann noch einmal meine Ergebnisse zusammenfassen und eine Einschätzung zur Aufrichtigkeit der Rhetorik geben, die mich ja vordergründig interessiert. Daraus ergeben sich neben dieser Einleitung die fünf Gliederungspunkte dieses Videos. Eine Manipulation kann allgemein als eine Tätigkeit bezeichnet werden, bei der eine Person durch bewusste Beeinflussung eine andere Person dazu bringt, etwas Bestimmtes zu glauben oder zu tun. Eine bewusste Beeinflussung wird dabei häufig als negativ wahrgenommen, da die beeinflusste Person als passiv aufgefasst wird und aufgrund ihrer Passivität nicht mitbestimmen kann. Eine solche Person handelt dann nicht mehr aufgrund der bestmöglichen Annäherung an die Wahrheit, sondern aufgrund der Beeinflussung. Ob eine Beeinflussung schädlich ist oder nicht, kommt darauf an, wie diese Beeinflussung von den beteiligten Personen aufgefasst wird. Eine Manipulation kann zum Beispiel für den Beeinflussen aber auch bewusst und gewollt sein, wie bei Werbeverträgen zwischen Firmen und Influencer. Aber sie kann auch unbewusst und ungewollt sein, zum Beispiel bei der Beziehung zwischen bestimmten Nachrichtenanbietern und Konsumenten. Ein Beispiel für eine Manipulation, die gesellschaftlich aber akzeptiert wird, ist das Anlügen von Kindern aufgrund von Erziehungsmaßnahmen. Zum Beispiel der Weihnachtsmann sieht alles. Im Kontext einer Diskussion, einer Debatte oder eines Argumentenaustauschs bezeichnet eine Manipulation einen Überzeugungsversuch, bei dem Argumente aus anderen Motiven als der eigenen Meinung dargestellt werden. Wenn jemand zum Beispiel Geld dafür erhält, um Argumente für eine bestimmte Seite darzustellen. Da das Innere eines Menschen nicht zugänglich ist, kann eine Manipulation häufig nur sehr schwer festgestellt werden. Aus diesem Grund geht man generell davon aus, dass mögliche Interessenskonflikte, zum Beispiel eine Person arbeitet für eine bestimmte Firma und kann dementsprechend nicht ohne persönliche Folgen über diese Firma sprechen, oder im Extremfall Korruption, eine Person generell darin einschränken, die eigene Meinung offen zu legen. Und verborgene Interessenskonflikte führen demnach dazu, dass Meinungen nicht auf eigenen Überzeugungen aufbauen, sondern aus für die Zuhörenden undurchsichtigen Zielen. Bei einer Manipulationsprävention geht es deshalb darum, eine gerechte Vorstellung der verschiedenen Positionen zu ermöglichen und schlechte Argumente zu entlarven. Das beinhaltet, dass Personen, die kein offensichtliches vorheriges Interesse an den Themen besitzen, die verschiedenen Positionen ohne die direkte Einschränkung einer der vortragenden Parteien wahrnehmen können. Und das möchte ich an dieser Stelle versuchen. Ich möchte für mich unzureichende Argumente ansprechen und erklären, wie sie aus meiner Sicht möglicherweise verbessert werden können. Die Reflexion über die Mittel, die eingesetzt werden, macht deutlich, dass man sich über ihre Verwendung bewusst ist und versucht, eine direkte Beeinflussung zu unterbinden, indem die Beteiligten darauf aufmerksam gemacht werden. Dabei gehe ich auf folgende Bereiche ein. Das Ziel bietet eine Grundlage für eine Auseinandersetzung mit allen anderen Untersuchungsaspekten. Ohne konkrete Zielbestimmung kann nicht erschlossen werden, warum zum Beispiel ein bestimmtes Mittel jetzt gewählt wurde. Der Titel und bei YouTube auch das Vorschaubild leiten mögliche Zuschauer zu einem Video hin und sind demnach wesentlich dafür verantwortlich, wie die Erwartung auf den Inhalt ausfällt. Die Gliederung der Argumentation gibt einen Hinweis darauf, was jemand sagen möchte und was ihm dabei wichtig ist. Die Sprache gibt Aufschluss darüber, in welcher Weise die Argumente verständlich gemacht werden und wie das Beziehungsverhältnis zwischen vortragender Partei und Zuhörenden aussieht. Und zum Schluss, das Medium bietet eine konkretere Analyse der Möglichkeiten, die Argumente auf eine bestimmte Weise aufzubereiten, die den Zuhörenden angemessen ist. Dabei spielen das Bild, der Ton und der Schnitt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Videos. Rezo beschreibt das Ziel seines Videos damit, die Inkompetenz und das Fehlverhalten von Politikern aufzuzeigen. In diesem Video geht es um Politiker, die sich Fehlverhalten geleistet haben. Nicht irgendein random Versprecher, nicht irgendein peinlicher Satz oder so, sondern es geht vor allen Dingen um das Scheitern und Verkacken in essentiellen Skills, die man als Politiker in einem hohen Amt haben sollte. Politisches Handeln ist mit Entscheidungen verknüpft, die die Gesellschaft und damit auch Rezo selbst betreffen. Aus diesem Grund ist ein großes Fehlverhalten in der Politik für Rezo nicht tolerierbar, da es anscheinend für ihn um viel geht. Soweit ist das Argument nachvollziehbar. Allerdings wird von Rezo in diesem Video nicht klar aufgezeigt, wie genau er selbst von dieser Politik betroffen ist und es wird ebenfalls nicht erklärt, inwiefern ein Zerstörungsvideo eine bessere Politik ermöglicht. Für mich erscheint es am wahrscheinlichsten, dass er davon ausgeht, dass sein Video dabei hilft, seine Zuschauer über das Verhalten der CDU zu informieren, um sie damit erstens davon zu überzeugen, nicht selbst die CDU oder die AfD zu wählen und sie zweitens mit guten Argumenten für Gespräche mit deren potenziellen Wählern auszustatten. Insgesamt soll anscheinend eine Wiederwahl der CDU erschwert werden. Diese Ziele werden jedoch nicht deutlich gemacht und Rezos Motivation ist damit für Außenstehende nicht offensichtlich. Eine alternative Perspektive könnte dann zum Beispiel darin bestehen, dass Rezo Aufmerksamkeit für sich selbst erzeugen möchte, um eigene politische Vorstellungen besser verbreiten zu können. Diese Sichtweise wird zum Beispiel durch die Aufnahme von Themen wie dem Tierwohl oder den Upload-Filtern gestützt, die vielleicht eher spezifische Überzeugungen ansprechen und nicht die gesamte Bevölkerung. Dadurch, dass Rezo seine Motivation nicht erläutert, lässt sich sein Ziel auf eine beliebige Motivation zurückführen und ist damit eher angreifbar. Dieses Problem entsteht dadurch, dass Aufklärungsarbeit und Überzeugungsversuch nicht klar voneinander unterschieden werden können, da sie nach außen hin identisch wirken und es je nach Sichtweise auch sind. Ein möglicher Ansatz, um diesen Kritikpunkt aus dem Weg zu gehen, besteht darin, die eigene Motivation durch konkrete Beispiele anzureichern, die für den Zuschauenden deutlich machen, warum ein Video gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt entstehen musste. Unabhängig davon frage ich mich, wie sein Ziel gesetzt wurde. Ist das Ziel das Ergebnis eigener Enttäuschungen über die Politik oder ist das Ziel für seine Zuschauenden gesetzt worden? Es ist in diesem Video nicht klar, inwiefern Rezo ein Interesse an einer Politik ohne CDU hat und für wen er in diesem Fall überhaupt spricht. Ich gehe davon aus, dass Rezo auch selbst recherchiert hat und hinter allen Meinungen steht. Aber für mich wäre auch interessant gewesen, ob es vielleicht Zuarbeitungen gegeben hat und wie diese Zuarbeitungen priorisiert wurden. Warum wurde ein bestimmtes Thema nach vorn geschoben? Warum wurde Frau Klöckner so präsent als Beispiel am Ende genutzt? Das Auslassen dieser Fragen ist für mich persönlich nicht besonders problematisch, da bei Nachrichten immer eine Auswahl getroffen werden muss, da nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung steht. Aber es erschwert für Außenstehende ein besseres Verständnis der Ziele. Ein Titel ist eine Referenz auf eine Sache und damit wichtig für die Außenwahrnehmung und entstehende Gespräche. Ein Titel allein kann zum Beispiel dafür sorgen, dass Menschen wütend werden, ohne dass der Inhalt überhaupt bekannt ist. Und aus diesem Grund ist die Titelsetzung eine wichtige Aufgabe bei der Präsentation der eigenen Argumente. In Rezos Video wird nicht wirklich darauf eingegangen, warum das Video jetzt so heißt. Zerstörung wird als Begriff einfach hingenommen, da es bereits bei seinen vorherigen Videos Diskussionen darüber gab, dass es sich hierbei anscheinend um eine starke Form der Kritik handelt. Aus diesem Grund erscheint es mir nicht sinnvoll, auf diesen Begriff in seiner Wirkung weiter einzugehen. Dennoch erscheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass seine bisherigen Zerstörungsvideos eine konkrete Sache hatten, auf die die Zerstörung gerichtet wurde. Bei diesem Video ist mit dem Titel aber nicht ersichtlich, wer oder was zerstört werden soll. Für mich am wahrscheinlichsten ist die Zerstörung von genereller Inkompetenz in der Politik und konkret der CDU, da Inkompetenz zumindest im Titel vorkommt und im Vorschaubild die CDU direkt angesprochen wird. Allerdings wird diese Perspektive durch die fehlenden Präpositionen entkräftet. Die Zerstörung steht ziemlich unabhängig. In diesem Fall wäre es möglicherweise eher eine Zerstörung, die generell auf das politische Geschehen in Deutschland ausgerichtet ist. Inkompetenz wäre dabei lediglich ein Teil dieser Verhaltensweisen. Ich denke, dass hier eine unklare Situation entsteht, auch gerade durch die Einführung einer Funktionsbezeichnung wie Teil 1. Im Video selbst wird auch deutlich, dass Teil 2 noch nicht fertig geplant ist. Aber teilweise sind Vorwürfe hier nicht drin, weil sie einfach weaker sind als das Level in diesem Video. Und außerdem kommen manche Aspekte ja auch noch in Part 2, weil das hier ist ja erst Part 1. Das führt dazu, dass man davon ausgehen kann, dass die Bezeichnung als Teil nicht auf eine ganzheitliche Kritik bezogen ist, die mit den anderen Teilen abgeschlossen wird, sondern eine mögliche Videoreihe ankündigt, die eher als ständige Überprüfung gedacht ist, bei der die Teile lediglich die zeitliche Reihenfolge festlegen. Die einzelnen Überschriften seiner Titel sind dabei häufig Anspielungen auf Memes oder Jugendsprache, die ich in meiner Analyse allerdings auslasse. Das Vorschaubild des Videos zeigt einen fassungslosen Rezo, der seine Arme zur Seite streckt, während ein großer weißer Text neben ihm die CDU als Ansprechpartner fixiert. Dabei wirken das Großschreiben aller Buchstaben und die zwei Fragezeichen als Unterstützung für eine Deutung des Videos als Anklage. Im Hintergrund ist Rezos Büro zu sehen, das über seine Unschärfe und Dunkelheit Rezo in den Vordergrund setzt, um ihn damit als präsente und dynamische Person zu präsentieren, die dadurch die Konzentration auf sich zieht. Andere Elemente, wie sein Kleidungsstil oder seine blauen Haare, sind dabei lediglich für Außenstehende eine Besonderheit, wirken allerdings hier lediglich als Gruppenzugehörigkeit zu einer jungen YouTuber-Community. Die Struktur des Videos wird von Rezo nicht angesprochen, sondern dient lediglich zur Aufrechterhaltung der Spannung und der Aufmerksamkeit der Zuschauenden. Ein Argument kann der Aufmerksamkeit der Zuhörenden schnell entgleiten, wenn das Argument nicht direkt auf den Punkt kommt. Aus diesem Grund kann eine Struktur dabei helfen, Argumente klar voneinander abzugrenzen, um damit die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Da das Ziel des Videos darin besteht, die Inkompetenz verschiedener Politiker aufzuzeigen, muss dies an konkreten Beispielen verdeutlicht werden, um nicht bloß als leere Botschaft aufgefasst zu werden. Wenn jedoch nicht darauf eingegangen wird, wie diese Beispiele entstehen, bleibt die Frage im Raum, warum nur fünf Themen und nicht zum Beispiel sieben oder zehn angesprochen werden, und was macht die ausgewählten Beispiele so wichtig, dass es über sie zu reden lohnt. Zunächst erscheint es so, dass die Beispiele und damit die Struktur nach ihrer Aktualität ausgewählt worden sind. Daraus ergibt sich die weiterführende Frage, warum Aktualität wichtig für ein Argument über Inkompetenz ist. Aktualität könnte als wichtig angesehen werden, weil man damit zeigen kann, dass die CDU sich nicht verändert hat, sondern anscheinend immer wieder falsch handelt. Aber mal unabhängig von der Diskussion darüber, warum Aktualität wichtig sein könnte, ist das Video auch bei diesem Aspekt nicht so rhetorisch effektiv, wie es sein könnte. Obwohl Aktualität relevant ist, werden die Kritikpunkte nicht zeitlich eingeordnet. Alles hat ein Gefühl von Gegenwart, obwohl auch Kritikpunkte eingestreut werden, die länger zurückliegen. Zum Beispiel die Handlung von Julia Klöckner. Dies erscheint beeinflussend, da ein Gefühl von überwältigender aktueller Inkompetenz aufgezeigt werden soll, obwohl Elemente aus der Vergangenheit eingebettet werden. Grundsätzlich wäre es kein Problem, diese Elemente einzubetten, aber dann stellt sich immer noch die Frage, warum Rezo gerade über diese Verfehlungen sprechen möchte und nicht über andere. Nach meiner Entschätzung scheint die Intensität des Verkackens nach Auffassung von Rezo im Vordergrund zu stehen. Allerdings wird nirgendwo gesagt, warum jetzt ein Fehler größer als ein anderer Fehler ist oder inwiefern die Auswahl getroffen wurde. Zwei Kleinigkeiten noch. Rezo bespricht im zweiten Laschet Why You Do This eigentlich Andreas Scheuer. Ich gehe davon aus, dass da einfach jemand den Titel falsch gesetzt hat. Und bei seinen YouTube-Kapiteln wird das Why und You zusammengezogen, während es im Video auseinandergeschrieben wurde. Also nicht der Rede wert. Rezos Sprache im Video ist durch eine Gegenüberstellung von ernsten Themen und sarkastischem Humor geprägt. Ja okay, cool. Danke für den Beitrag. Insofern, wenn du so dumm bist und AfD wählst, Todesloss, sein Urgroßvater. Dabei nutzt er häufiger zu hohen gesteigerte Übertreibungen als Elemente seiner Argumentation. So wird zum Beispiel über Todesloss, sein Urgroßvater, deutlich gemacht, dass Wähler der AfD in besonderem Maße, Todes, sein Urgroßvater, nicht dazu in der Lage sind, die politische Situation richtig einzuschätzen. Sie sind lost. Rezo besitzt eine aufgebrachte und direkte Ansprache. Seine fast schon schreiende Stimme, die direkt in die Kamera gerichtet ist, hat einen zur Handlung aufrufenden Charakter. Bro, was jetzt? Wie wäre es, wenn du einfach mal einen richtigen eigenen Standpunkt hast? Als Zuhörer wird man allein durch den Rhythmus seiner Stimme dazu angeregt, sich für diese Themen zu interessieren und danach zu handeln. Seine präsentierte Gefühlslage scheint dabei zwischen Selbstbewusstsein und Fassungslosigkeit zu schwanken. Dabei nutzt er Begriffe wie ordentlich, um seine eigene Kompetenz zu verdeutlichen und strahlt eine gewisse Enttäuschung aus, wenn es für ihn wieder Zeit für so ein Video ist. Ich werde auch in diesem Video die bayerische CDU einfach wieder CDU nennen und wie immer sind alle Quellen transparent in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr wisst, ich mache sowas nicht oft, aber wenn, dann ordentlich. Los geht's. In dem Video selbst wird ein normatives Bild eines Politikers aufgebaut, in dem er darauf hinweist, wie sich Politiker seiner Meinung nach verhalten sollten. Dabei geht er wenig auf mögliche Erklärungsansätze ein, warum sich Politiker möglicherweise nicht so verhalten. Das ist dann problematisch, wenn es gute Gründe gibt, warum sie sich so verhalten. Wenn jedoch keine Gründe erwähnt werden, kann dies ein Zeichen für Einseitigkeit sein, unterschwert es Außenstehenden, die Argumente unabhängig der Darstellung zu betrachten. Mit Ich kann nur sagen, wer verkackt hat, nutzt Rizzo hier auch eine Formulierung, die eine eher individuelle Einschätzung unterschlägt. Ob jemand wirklich verkackt oder nicht, ist eine sehr subjektive Beurteilung jedes Einzelne. Und mit seiner Sprache wirkt es allerdings so, als ob seine Position zunächst die einzige wäre, die richtig ist. Gleichzeitig erzeugen bestimmte überspitzte Bewertungen Eindrücke, von denen ich nicht weiß, ob Rizzo selbst dahinter steht. Und zwar dieser Kollege hier. Das hier ist Armin Laschet. Der ist nicht nur Kanzlerkandidat der CDU, sondern aktuell Chef von Nordrhein-Westfalen, wo die Situation mit dem Hochwasser ziemlich extrem war. Da konnte er also nochmal unter Beweis stellen, wie er denn so ein Land führen kann. Diese Aussage erzeugt zum Beispiel ein Bild davon, dass Führungskompetenz vor allem von Extremsituationen abhängig gemacht werden sollte, da man auch nur dann etwas unter Beweis stellt und damit andere überzeugen kann. Es ist möglich, noch mehr anzusprechen. Aber mir geht es, wie gesagt, nicht um jede Einzelheit, sondern lediglich um die Möglichkeit, tiefgründiger über die Art und Weise der Präsentation nachzudenken. In diesem Bereich möchte ich auf das Video als Medium näher eingehen. Das Video bietet durch seine Verbindung aus Bild, Ton und Schnitt eine starke Überzeugungskraft, die teilweise über die Realität hinausgeht, weil alle überflüssigen Informationen weggekürzt werden können und alle wichtigen Informationen eine besondere audiovisuelle Hervorhebung erhalten. So wie bereits aus dem Vorschaubild erkenntlich, befindet sich Rezo als Individuum mit seiner Meinung im Vordergrund. Dies führt dazu, dass Rezos Körpersprache und seine Meinung als wichtige Informationen aus dem Bild hervorgehen und beurteilt werden sollen. Die Räumlichkeit unterstützt dann nur ein typisches Bild von Gewohnheit. Die Menschen sollen sich auf seine Aussagen konzentrieren und nicht auf Bilder seiner Wohnung oder seiner Umgebung. Dabei werden unter anderem Memes eingestreut. Am Ende guckte sich das der Europäische Gerichtshof an und meinte halt Nee, nee, das dürft ihr nicht machen. Dadurch, dass diese Bilder bekannt sind, wird dann ein Gefühl von Gemeinschaft aufgebaut. Dieses wird dann genutzt, um die Argumente verständlicher zu machen. Denn wenn ein Argument in einer Sprache formuliert ist, die einem bekannt ist, wird das Argument überzeugender, da es auf Konzepte verweist, die einen möglicherweise selbst beschäftigen. Rezo führt die Frau so ein, als wäre es der Europäische Gerichtshof, der davor warnt, dass man etwas nicht machen sollte. Rezo greift das Meme wiederum mit einem Matchcut auf, um deutlich zu machen, dass er die Position des Europäischen Gerichtshofs weiterführt. Hierbei könnte die Frau dazu dienen, als besondere visuelle Unterstützung darauf aufmerksam zu machen, dass etwas nicht erlaubt ist. Obwohl das Meme selbst vielleicht eher unbekannt ist, wird auf eine Kultur des humorvollen Verweisens hingewiesen und diese dazu genutzt, um deutlich zu machen, dass Rezo dazu in der Lage ist, diese Fähigkeit kontextuell einzusetzen. Damit schließt sich Rezo einer Gemeinschaft an und macht das damit vermittelte Argument dieser Gemeinschaft schmackhafter. Als besonders positiv möchte ich die Quellenarbeit hervorheben, da Bilder und Verweise hier direkt in die Präsentation einfließen, damit Zuschauende diese schnell zuordnen können. Ich halte dies für besonders gelungen, da zusätzliche Informationen bereitgestellt werden, um die Aussagen überprüfen zu können. Leider ist es in diesen Formaten nicht immer möglich, die Interpretation dieser Texte selbst in Frage zu stellen. Deshalb schätze ich diesen Teil wirklich sehr. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Bilddarstellung ist der Übergang mit grafischen Überschriften, um die Strukturierung der Argumentation zu verdeutlichen. Diese Überschriften helfen dabei, die größeren Teile der Struktur zu identifizieren, aber auch, wie schon angesprochen, einen gewissen Rhythmus der Argumentation und damit ein Fortschrittsgefühl und Vorankommen zu erzeugen. Weiterhin möchte ich erwähnen, dass Rezo einen mitreißenden Eindruck macht. Durch seine dynamischen Körperbewegungen ergibt sich eine Spannung darüber, was als nächstes passieren wird. Auch wenn er mit wenigen Ausnahmen nur an einer Stelle steht, so haben seine vielen Handbewegungen und sein Zeigen doch eine positive Auswirkung auf die Deutung seiner Botschaft, etwas verändern zu wollen. Das Bild weist keine Kameraveränderung auf. Es gibt aber hin und wieder digitale Zooms, die die Konzentration durch eine Vergrößerung des Bildausschnitts erleichtern und intensivieren. Direkt am Anfang wird dies zum Beispiel genutzt, um den Blick auf Rezo zu konzentrieren, da das menschliche Auge besonders auf Bewegungen reagiert. Der Ton ist für Rezo ein zentrales Mittel, mit dem er die Spannung des Videos steuert. Dies beinhaltet sowohl die Musik als auch jegliche andere Audioquellen. Erstens, er benutzt Musik zum Aufbau der verschiedenen Stimmungen seiner Aussagen. Sofort am Anfang wird durch das Musikstück in Verbindung mit seiner Stimme eine gewisse Dringlichkeit erzeugt, die er versucht, über seine weitere Präsentation aufrecht zu erhalten und gerade am Ende besonders hervorzuheben. Zweitens, er benutzt lockere, feingliedrige Pianomusik, um ironische Motive zu verdeutlichen und seine Aussagen über inkompetentes Verhalten zu unterstützen. Er wollte sich vor Ort in Hagen mit Leuten für eine Krisenbesprechung treffen. Da sagte er dann auch, dass er mit dieser Katastrophe keine Bilder erzeugen möchte für Wahlkampf oder so. Gerade solche Musik wurde auch in Slapstick-Filmen oder Cartoons benutzt, um bei Bewegungen eine gewisse Komik zu erzeugen. Drittens, die einzelnen Punkte seiner Argumentation werden bei den Überschriften mit einem starken Bass- und Lautstärkeübergängen klar voneinander abgegrenzt. Unterpunkte werden wiederum durch einen heiter und damit ironisch wirkenden Jingle eingeführt. Dies führt zu einer Unterstützung der Natürlichkeit einer Strukturierung, da diese durch ein bestimmtes Muster abgegrenzt ist. Viertens, Rezone nutzt auch das Aussetzen von Musik als besondere Hervorhebung einer bestimmten Aussage. Aber kurz gesagt, sind vor allen Dingen die jungen Generationen hartgefickt, wenn wir nicht sehr schnell sehr viel verändern. Kommt euch bekannt vor, ne? Zum Beispiel werden durch die aktuelle Landwirtschaft weltweit... Dadurch, dass er an dieser Stelle zum Beispiel die Musik aussetzt, wird ein besonderer Kontrast erzeugt, der die Aussage noch einmal verdeutlicht. Töne und Musik sind ein starker Einflussfaktor auf die Gefühle der Menschen. Wenn die Verwendung selbst nicht thematisiert und für Außenstehende zugänglich gemacht wird, hat dies eine beeinflussende Wirkung, da ein bestimmter Gefühlszustand erzeugt wird, in dem ein Argument eher aufgenommen werden kann. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich in diesem Video so gut wie keine Musik verwende. Der Sprung von einem Bild zum nächsten ist eine sehr starke visuelle Veränderung, die Assoziationen hervorruft und damit Argumente unterstützt, wenn sie effektiv eingesetzt wird. Rezo nutzt Jump Cuts für eine flüssige Präsentation seiner Argumente, indem er Pausen, unnötige Wartezeiten und Versprecher aus seinem Video tilbt. Anstatt also eine Aufnahme vollständig durchlaufen zu lassen, setzt er mehrere Schnitte mit derselben Kameraeinstellung ein, um schnell zu den Aussagen zu gelangen, die ihm wichtig sind. Während Jump Cuts häufig für Unprofessionalität stehen können, weil sie offensichtlich auf Schnitte hinweisen, nutzt Rezo sie bewusst als Mittel zur Kontrolle des Rhythmus seiner Argumentation. Rezo nutzt ebenfalls sogenannte Cut-Ins für eine Intensivierung konkreter Aussagen. Dabei springt das Bild näher an Rezo heran, wenn er einer bestimmten Aussage mehr Wucht verleihen möchte. Darüber hinaus nutzt Rezo auch bestimmte Kameraverzerrungen, um eine bildliche Visualisierung bestimmter Überzeugungen zu ermöglichen. Hier wird zum Beispiel die Position der AfD als verdreht und sinnlos dargestellt und das wird durch den Effekt unterstützt. Wie bei der Musik ist auch der Schnitt etwas, das beim Anschauen eines Videos nicht immer sofort bewusst ist. Wenn also solche Effekte genutzt werden, um etwas interessant aussehen zu lassen, wird erneut der emotionale Zustand der Zuschauenden beeinflusst, um sie für bestimmte Argumente zugänglicher zu machen. Wie ich schon bei meinem Teil über Manipulation erwähnt habe, kommt es für mich bei der Darstellung der Argumente darauf an, dass Personen, die kein offensichtliches vorheriges Interesse an den Themen besitzen, die verschiedenen Positionen ohne die direkte Einschränkung einer der Parteien wahrnehmen können. Wenn also eine Position durch rhetorische Mittel besonders verstärkt wird, sollte darauf geachtet werden, dass die Gegenpositionen in einem ähnlichen Stil verstärkt werden. Fehlen die Gegenpositionen vollständig oder wird unterschiedlich verstärkt, erscheinen solche Darstellungen verzerrend. Das bedeutet jedoch nicht, dass zum Beispiel ein Effekt wie bei der Darstellung der Position der AfD nicht dennoch gut und unterhaltsam eingesetzt werden kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Argument, das geleistet hat, was man damit bezwecken wollte. Warum wurde die AfD überhaupt erwähnt? Geht es um eine Auseinandersetzung mit der Überzeugung, dass die AfD immer gegen alles ist? Geht es um die Abwehr von Menschen, die aus Rezos Video eine Protestwahl der AfD Schluss folgern? Rezo nutzt sein Video nicht dazu, über seine Rhetorik kritisch zu reflektieren, sondern er nutzt rhetorische Mittel, um seine eigenen Argumente so stark wie möglich zu machen. Dennoch nutzt er klare Visualisierungen von Quellenmaterial und Quellenreferenzen, sowie eine relativ deutliche Zielbestimmung am Anfang, um seine Aussagen überprüfbar zu gestalten und das halte ich für sehr positiv. Beurteilungsfehler sind Fehler, die auf die eigene Person oder die eigene Wahrnehmung zurückgeführt werden können. Befindet man sich selbst möglicherweise in einer bestimmten Situation, die eine Perspektive wahrscheinlicher macht und wenn ja, wurde dies im Video angesprochen und berücksichtigt? Ohne die Auseinandersetzung mit möglichen eigenen Beurteilungsfehlern kann etwas bewusst oder unbewusst als besonders gut oder schlecht dargestellt werden, was wiederum starke Auswirkungen darauf hat, wie es andere betrachten. Bei der Auseinandersetzung mit Beurteilungsfehlern versuche ich vordergründig auf folgende Fragen einzugehen und zu überprüfen, ob diese bei der Präsentation der Argumente berücksichtigt werden. Sind dem Sprecher der Einfluss von Beurteilungsfehlern wie Projektion, Vorurteilen, Sympathien oder kognitiven Verzerrungen, beispielsweise Halo-Effekt, Primäreffekt oder Rezenzeffekt bekannt oder wird eine Einschätzung ohne Referenz auf solche Effekte vorgenommen? Werden verschiedene Aspekte eines Menschen genannt oder wird ein Mensch auf eine Position, eine Tätigkeit oder nur negative Handlungen reduziert? Wird darüber gesprochen, wie die eigene Beurteilung falsch sein könnte, werden alternative Sichtweisen dargestellt oder werden andere Sichtweisen nicht genannt oder nicht ernst genommen? Werden eigene Einschätzungen in ihrer Intensität beurteilt? Gibt es klare Größenordnungen, nach denen diese Beurteilungen kategorisiert werden können, zum Beispiel sehr wahrscheinlich bis eher unklar? Oder gibt es nur Superlative und ist alles wichtig? Und zum Schluss werden Lösungen für Probleme gesucht oder wird etwas kritisiert, ohne Lösungen offensichtlich zu machen? Für Rezos Video haben sich für mich daraus drei größere Themenkomplexe ergeben. Vereinfachung der Erklärungsansätze Hierbei gehe ich näher darauf ein, ob Rezos Erklärung des politischen Handelns gerechtfertigt ist. Wahrnehmung wird zur Realität Bei diesem Abschnitt gehe ich darauf ein, inwiefern Rezo seine eigene Wahrnehmung hinterfragt. Und zuletzt Intensität der Ereignisse Im letzten Abschnitt gehe ich darauf ein, inwiefern Rezo die verschiedenen Inkompetenzen beurteilt. Rezo nutzt die Gegenüberstellung von Inkompetenz und Unehrlichkeit als einzige beiden Erklärungsansätze für das Verhalten der angesprochenen Politiker. Nur damit es völlig klar ist, es gibt für dieses Verhalten rein logisch keine andere Begründung als entweder krasse Inkompetenz oder bewusste Verarsche. Ihr könnt natürlich entscheiden, was für euch plausibler wirkt, aber letztlich macht es gar keinen großen Unterschied, weil beide Cases sind extrem abgefuckt. Während dies bei den Upload-Filtern noch eine nachvollziehbare und berechtigte Einschätzung ist, lässt sich diese Erklärung allerdings nur bedingt im nächsten Beispiel mit Armin Laschet könnte seine Gegenüberstellung ein wenig entkräftet werden, wenn man behauptet, dass Laschet lediglich falsch informiert wurde oder mit seiner Aussage, dass überhaupt keine Steuerentlastung im Wahlprogramm steht, übertrieben hat. Auch wenn diese Aussagen unwahrscheinlich sind, könnten sie zumindest in Rezos Darstellung erwähnt und kritisiert werden. In diesem Fall könnte man dann von anderen Erklärungsansätzen ausgehen, die nicht auf Inkompetenz oder Unehrlichkeit zurückgeführt werden können. Dasselbe gilt auch für das Beispiel mit der Kohlekommission. Auch wenn Laschet hier problematisch rhetorisch einen Zusammenhang herstellt, der so nicht vorhanden ist, ist die Aussage nicht falsch, dass die Kohlekommission das Datum vorgeschlagen hat. Rezo fügt das Beispiel allerdings ebenfalls wieder in seine Zweiteilung ein, die in diesem Fall auf einem bestimmten Verständnis beruht und nicht unbedingt auf dem, was halt Laschet gesagt hat. Rezos Beispiele für Verfehlungen sollten auf jeden Fall kritisiert werden. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass eine Vereinfachung auf Inkompetenz und Unehrlichkeit andere mögliche Perspektiven und mögliche eigene Einschätzungsfehler unterschlägt. Rezos Darstellungen sind häufig sehr direkt. Wenn eine bestimmte Einschätzung durch mehrere Quellen belegt wurde, wird eine Aussage nicht mehr vorsichtig gehandhabt, sondern mit Selbstbewusstsein ausgesprochen. Ich denke, dass dieses Verhalten problematisch ist, weil es dazu beiträgt, seinen eigenen Einschätzungen übermäßig zu vertrauen und andere Perspektiven auszuschließen. Darüber hinaus gibt es, wie bereits schon erwähnt, keine alternativen Erklärungen für die kritisierten Perspektiven. Dies führt unter anderem dazu, dass die angesprochenen Personen auf ihre Position reduziert werden und nur als negativ dargestellt werden. Wenn es um die Einschätzung von Verkackern geht, wäre es für eine unabhängige Einschätzung meiner Ansicht nach relevant gewesen, ob man auch als positiv angegebene Aspekte entkräften kann. Rezo unternimmt allerdings keinen Versuch, eine andere Sichtweise als seine präsentierte anzunehmen. Grundsätzlicher wird die eigene Aufnahmekapazität nicht hinterfragt, sondern es wird davon ausgegangen, dass man genau sieht, was falsch läuft. Dennoch sind viele seiner Kritikpunkte gut belegt und es wäre fahrlässig von mir, nicht darauf hinzuweisen, dass Rezos Wahrnehmung häufig sehr präzise und meiner Ansicht nach auch gut ist. Die Intensität einer Einschätzung gibt einen Hinweis auf die eigene Reflexionsfähigkeit. Wenn alle gegebenen Einschätzungen zu Übertreibungen neigen, sind diese vor allem durch die Spannung der Präsentation geleitet und leider nicht wirklich verwendbar. Rezo bewertet seine Beispiele jedoch angemessen und versucht zwischen den verschiedenen Themen gut zu vermitteln. Die Beispiele bei Frauen und Männer zeigen auf, dass er bei den Themen klar zwischen unnötiger Move und später es geht bei Politik um etwas unterscheiden kann und dies auch deutlich macht. Auch wenn seine Einteilungen dennoch manchmal sehr unklar sind und emotional aufgeladen bewertet werden, so wird doch der Versuch unternommen klar hervorzuheben, warum ein Thema gerade wichtiger als andere sind. Die Absicherung der Argumente ist für die Beurteilung von Manipulation relevant, weil sie die Basis dafür ist, ob etwas gerechtfertigt überzeugt. Aus diesem Grund ist es notwendig, Argumente so gut wie möglich abzusichern, indem verschiedene Perspektiven und Beispiele angeführt werden und eine falsche Darstellung vermieden wird. Bei Resource Video sind für mich dabei die folgenden Fragestellungen relevant. Wird der Entstehungsprozess eines Arguments dargestellt oder wird nur das Argument als solches dargestellt? Wird ein Argument mit einer wohlwollenden Interpretation betrachtet oder liegen mögliche Beurteilungsfehler vor, die das eigene Denken beschränken? Wird auf die Entstehung der Autorität eines Arguments eingegangen oder wird die Bedeutung des Arguments als feststehend hingenommen? Werden Quellen in ihrer Kompetenz eingeordnet oder werden Quellen immer als gleich relevant eingeschätzt? Und zuletzt werden Fehler in allen Argumenten anerkannt und als schlecht verurteilt oder werden Fehler nicht angesprochen? Diese Fragestellungen leiten meine Überlegungen zu Resource Argumenten. Dabei versuche ich vordergründig auf die Absicherung der einzelnen Argumente einzugehen und meine eigenen Überzeugungen dabei hinten anzustellen. In diesem Abschnitt wird größtenteils die schlechte Vorbereitung der Warnsysteme kritisiert. Dabei wird das Argument durch zwei Teilargumente abgesichert. Zunächst wird darauf hingewiesen, dass trotz konkreter Wetterinformation nicht sofort reagiert wurde. Dies wird durch Nachrichtenartikel gut abgesichert. Dennoch stellt Rezo keine Gegenposition vor, sodass Rezos Argument dadurch sehr einseitig wirkt. Darüber hinaus kritisiert Rezo das unausgereifte Sirenen- und Nachrichtensystem Deutschlands, das bei mehreren Testläufen gescheitert ist und nicht sofort repariert wurde. Dieses Argument wird durch mehrere Artikel sehr gut abgesichert. Es ist für mich zum Teil nachvollziehbar, dass das Warnsystem eine geringere Priorität erhalten hat, weil das Coronavirus möglicherweise sehr viel mehr Aufmerksamkeit eingenommen hat, aber Katastrophen können eben auch anderweitig eintreten und müssen deshalb grundsätzlich angegangen werden. Aus diesen beiden Argumenten schlussfolgert Rezo bereits eine gewisse Inkompetenz. Es scheinen also manche Leute ihren Aufgaben vielleicht nicht so ganz gewachsen zu sein und ich könnte jetzt noch einige Sachen aufzählen. Dies erscheint mir ein wenig harsch, da Rezo nicht einräumt, dass ein Hochwasser eine Extremsituation für alle Beteiligten darstellt. Im Anschluss daran führt er in seinem ersten Unterkapitel Armin Laschet als inkompetenten Politiker ein, was er versucht an drei konkreten Beispielen auszuführen. Das erste Beispiel möchte aufzeigen, wie Laschet widersprüchlich handelt, indem er verschiedene Prioritäten setzt. Obwohl er an einem Krisentreffen teilnehmen möchte und vorher die Aussage getätigt hat, dass man mit der Katastrophe keine Bilder für den Wahlkampf erzeugen möchte, veröffentlicht sein Social Media Team Bilder mit ihm in einer Katastrophen Region, die darüber hinaus dazu führen, dass er zu spät zum Krisentreffen kommt. Dieses Argument zeigt für mich nicht unbedingt Widersprüchlichkeit oder Inkompetenz. Es gibt mögliche andere Erklärungen und die Absicherung ist teilweise undurchsichtig, da die Intentionen von Laschet und seinem Team nicht so einfach nachverfolgt werden können. Das zweite Beispiel kritisiert Laschet dafür, keinen eigenen Standpunkt zu vertreten, sondern sich dem Kontext der Redesituation anzupassen. Dabei wird Laschet vorgeworfen, dass er sich unklar ausdrückt, weil er an einer Stelle Klimamaßnahmen klar unterstützt, aber an anderer Stelle nicht unbedingt von der bisherigen Politik abweichen möchte. Dies erscheint nachvollziehbar wie ein Widerspruch, kann allerdings auch einfach ein Missverständnis sein? Laschet kann in diesem Fall sicherlich Unkonkretheit vorgeworfen werden. Ob er aber selbst keinen eigenen Standpunkt in Bezug auf den Klimawandel vertritt, ist damit jedoch nicht überprüfbar. Rezo setzt hier zu sehr darauf, dass verschiedene Aussagen deutliche Widersprüche aufzeigen, wo allerdings nicht unbedingt welche sein müssen. Dennoch werden Laschets teilweise gegensätzlich erscheinende Aussagen gut durch Video-Ausschnitte abgesichert. Das letzte Beispiel zeigt Laschet, wie er sich bei einer Rede des Bundespräsidenten im Hintergrund amüsiert. Dies wird als unhöflich gegenüber den Opfern des Hochfassers aufgefasst, da diese alles verloren haben und trauern. Aufgrund dieser Amüsiertheit wird angezweifelt, ob es Laschet überhaupt mit seinem Mitgefühl ernst nimmt. Dieses Argument setzt sehr stark darauf, dass Menschen sich öffentlich immer auf eine bestimmte Weise präsentieren müssen. Auch wenn ich Rezo zustimme und Laschets Unaufmerksamkeit nicht nachvollziehen kann, ist das Argument als solches jedoch nicht sonderlich stark. Für mich handelt Laschet anhand dieser Beispiele vielleicht unglücklich, aber nicht inkompetent. Er hat selbst keine fundamentalen Fehlentscheidungen getroffen, die das Leben der Menschen bedroht hätten. In diesem Bereich soll das Verhalten von Politikern kritisiert werden, deren Außendarstellung misslungen ist. Allerdings wird von Anfang an zwischen harmlosen Versprechern und unangebrachten Darstellungen unterschieden. Als erstes Thema wird die Darstellung von Frauen und Männern angesprochen. Dabei wird das Zurechtschneiden von Fotografien bei den Grünen kritisiert, bei denen Männer aus dem Bild geschnitten wurden, um eine stärkere Frauenbotschaft zu verbreiten. Dies wirkt für Rezo unauthentisch. Als zweites Thema wird eine Aussage von Armin Laschet angesprochen. Dieser behauptet, dass ein Mann als Bundeskanzler möglicherweise stärker für Geschlechtergerechtigkeit einstehen könnte als eine Frau. Dies wird von Rezo kritisiert, weil es für ihn nicht nachvollziehbar ist, warum ein Mann besser dafür geeignet sein sollte. Allerdings geht er nicht darauf ein, warum er das denkt oder warum Diversität überhaupt für ihn ein wichtiges Thema ist. Aus diesem Grund wirkt dieses Argument sehr oberflächlich. Laschet könnte zum Beispiel gemeint haben, dass er als Mann Geschlechtergerechtigkeit besser prägen kann, weil er möglicherweise auch andere Männer als Vorbild eher erreicht. beim nächsten Thema wird Julia Klöckner als besonders gravierendes Beispiel für unangebrachte Außendarstellung vorgestellt. Als erstes wird ihre Verbindung zu Nestle kritisiert, bei der ein Video zu einer angeblichen Zuckerreduktion veröffentlicht wurde. Rezo kritisiert dieses Video wegen der Verbindung zwischen Ministerium und Industrie, da diese normalerweise nicht so eng zusammenarbeiten sollten. Darüber hinaus kritisiert er die Botschaft des Videos, da diese für ihn nicht zutrifft. Dabei ist Rezo's Quelle jedoch nicht so gut abgesichert, da es sich bei der referenzierten Untersuchung lediglich um 24 Stichproben aus dem gesamten Sortiment handelt und diese Nestles Aussage, dass eine generelle Zuckerreduktion stattgefunden hat, von 10% nicht unbedingt widerlegt. Das PR-Video des Ministeriums ist demnach sehr ungenau, weil eben nicht überprüft werden kann, ob wirklich 10% Zuckerreduktion stattgefunden haben. Aber Rezo's Darstellung kann es deshalb auch nur sehr schlecht widerlegen. Als zweites wird ihre Werbung auf Regierungskanälen kritisiert. Rezo sichert diese Kritik mit einem Screenshot der Werbung gut ab. Allerdings wird von Rezo nicht geklärt, warum diese Werbung für ihn problematisch ist. Es wird nur gesagt, dass sie problematisch ist, weil sie auf Regierungskanälen stattfindet. Man könnte argumentieren, dass die Werbung schlecht ist, weil sie das Vertrauen der Bürger in offizielle Mitteilungskanäle untergräbt. Aber diese Kritik wird von Rezo nicht geäußert. Als drittes wird ihr Auftritt mit einem Fernsehkoch kritisiert. Unabhängig von der Tatsache, ob es sich dabei um eine sinnvolle Tätigkeit für eine Ministerin handelt, steht bei diesem Vorwurf besonders im Vordergrund, dass Klöckner über diesen Auftritt Werbung für Billigfleischprodukte gemacht hat, obwohl sie sich öffentlich für Tierwohl einsetzt. Bei dieser Kritik wurde allerdings nicht abgesichert, inwiefern Klöckner diese Fakten wirklich bekannt gewesen sind. Insgesamt sind die Vorwürfe, die hier gegen Julia Klöckner erhoben werden, alle zu wenig abgesichert, als dass sie ihre volle Wirkung entfalten könnten. Auch wenn jeder der Kritikpunkte eine Berechtigung hat, angesprochen zu werden, so ist die genaue Kritik allerdings zu schwach, um die Menschen zu erreichen, die sich nicht dafür interessieren, wenn sich eine Ministerin Industrienähe leistet. In diesem Themenbereich wird die bereits erwähnte Gegenüberstellung von Inkompetenz und Unehrlichkeit eingeführt. Rezo beschreibt dies als Erweiterung der bisherigen Fälle, die für ihn vor allem Inkompetenz gezeigt haben, weil die entsprechenden Personen nicht die angemessenen Fähigkeiten besitzen. Es könnte aber sein, dass diese Inkompetenz nur vorgespielt wird und die Machthabenden in diesem Fall ihre Wähler verarschen. Zunächst wird aber die Bezeichnung aufrichtig inkompetent für diejenigen Fälle eingeführt, bei denen Menschen nicht die entsprechenden Fähigkeiten besitzen oder sich Ziele setzen, die sie regelmäßig nicht einhalten können. Dabei beschreibt Rezo sehr gut abgesichert die gebrochenen Versprechungen der Regierungsparteien CDU, SPD und FDP in Bezug auf den Breitbandausbau über die vergangenen 15 Jahre. Das Thema wird gut und umfangreich dargestellt und darüber hinaus funktioniert hier die humorvolle Gegenüberstellung der Ansprüche der CDU, die sich als die digitalste Partei darstellt, mit der Realität, das häufig alles sehr vorgespielt wirkt. Anschließend wird der politische Prozess um die Upload-Filter mit Artikel 13 kritisiert. An dieser Stelle arbeitet Rezo sehr vorbildlich und macht deutlich, dass die CDU entweder inkompetent oder unehrlich gehandelt hat. Auch wenn andere mögliche Szenarien denkbar sind, so sind diese sehr unwahrscheinlich. Rezo arbeitet hier gut heraus, dass hier möglicherweise bewusst intransparent gearbeitet wurde, um potenzielle Wähler zu besänftigen. Das nächste Beispiel nutzt erneut Armin Laschet, der an dieser Stelle ebenfalls in das beschriebene Muster von Inkompetenz oder Unehrlichkeit eingeordnet werden soll. Wie schon bereits zuvor erwähnt, besteht die Möglichkeit, dass Laschet lediglich falsch informiert wurde oder mit seiner Aussage übertrieben hat. Da Rezo nicht auf diese Möglichkeiten eingeht, sondern sich nur auf seine Gegenüberstellung konzentriert, wirkt seine berechtigte Kritik über die Verbreitung fehlerhafter Informationen nicht so durchdacht, wie sie sein könnte. Auch im nächsten Beispiel steht Laschet in der Kritik. In diesem Interview stellt er einen von Rezo sehr klar aufgezeigten falschen Zusammenhang her, dass besonders die Wissenschaftler der Kohlekommission für den Ausstieg 2038 gestimmt hätten. Und wie bereits erwähnt, könnte man hier Rezo jedoch erwidern, dass Laschet lediglich undeutlich gewesen ist. Er könnte zum Beispiel gemeint haben, dass eben alle Mitglieder der Kohlekommission sich auf ein Datum geeinigt haben und darunter fallen eben auch die genannten Wissenschaftler. Dies wäre nicht falsch, aber es wäre natürlich immer noch eine problematische Darstellung. Da Rezo aber nicht auf diese Möglichkeit eingegangen ist, wirken die nachfolgenden Absicherungen nicht so gut. Hier handelt es sich bei Laschet also eher um eine rhetorische Taktik, die aber inhaltlich nicht falsch sein muss. Eine inhaltliche Widerlegung ist dennoch gut, sie trifft aber nur bedingt Laschets Aussage. Der nächste Abschnitt wird erneut mit Laschet überschrieben, aber eigentlich handelt es sich um die wahrgenommene Inkompetenz bei der Verwendung von Steuermitteln. Der Verkehrsminister Andreas Scheuer wird dafür kritisiert, dass er Verträge für eine Pkw-Maut geschlossen hat, bevor diese rechtlich abgesichert worden ist. Nachdem der Vorstoß dann vom Europäischen Gerichtshof kassiert worden ist, musste die Bundesregierung aufgrund ihrer Vertragspflichten die Maut-Vertragspartner auszahlen, was den Steuerzahlern anscheinend Millionen kostet. Diese Kritikpunkte werden alle gut abgesichert. Aber Rezos zentraler Punkt besteht darin, dass Scheuer aufgrund der Ermittlungen seine digitale Kommunikation gelöscht hat und damit eine Aufklärung erschwert. Auch dieser Punkt wird sehr gut abgesichert. Dasselbe gilt auch für Ursula von der Leyen, die in eine Berateraffäre verwickelt gewesen ist. Ich habe an dieser Stelle nichts zu kritisieren. Ich halte dieses Thema für relativ gut abgesichert, obwohl ein kleineres Problem darin besteht, dass die Quellenlage eher durchwachsen ist und die Quellen ausgewählt wurden, die die eigene Position stärker unterstützen. So gab es natürlich neben den Professoren, die gesagt haben, dass die Maut rechtlich ein Problem ist, eben auch Professoren, die gesagt haben, dass sie kein Problem ist. Insgesamt ist dieser Bereich größtenteils sehr gut ausgearbeitet. Bis auf wenige Ausnahmen bei den Kritikpunkten bei Laschet und der Quellenauswahl bei der Pkw-Maut um Andreas Scheuer wirken die Argumente sehr gut und es gibt ein gutes Zusammenspiel aus rhetorischen Mitteln und inhaltlicher Akkuratheit. Der Ausschluss der AfD ist für die Zielgruppe nachvollziehbar, aber führt wie bereits erwähnt für mich zu der Frage, warum sie dann überhaupt im Video genannt werden muss. Wenn die AfD ausgeschlossen wird, weil man ihr keinen Raum geben will, dann sollte dies zumindest erwähnt werden. Die Widersprüchlichkeit der AfD jedoch nur anhand von zwei Aussagen auf Twitter deutlich zu machen, scheint dem Anspruch nicht gerecht zu werden, den sich das Video gesetzt hat. Auch die Plagiatsvorwürfe und die Fälschungen der Lebensläufe werden nur kurz angerissen, was meiner Ansicht nach gerechtfertigt ist, da diese Themen nur eine geringe Auswirkung besitzen. Dieser Abschnitt scheint vordergründig darauf ausgerichtet zu sein, zu erläutern, warum nicht alle Themen im Video mit derselben Ausführlichkeit angesprochen werden. Grundsätzlich funktioniert das auch, aber für mich stellt sich dennoch die Frage, warum sie dann nicht einfach genauso wie zum Beispiel bei den Nestle Themen in eine Fußnote verpacken und dann gar nicht darüber sprechen. Dadurch würde man sicherlich Zeit sparen. Grundsätzlich könnte man aber argumentieren, dass man rein spannungstechnisch etwas Schwächeres voranschicken wollte, bevor nun der Abschluss noch einmal tief in die Kritik hineingeht. Im letzten Abschnitt des Videos steht noch einmal die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, dass sie in ihrer Amtszeit und ihrer Zeit als Staatssekretärin zu wenig dafür unternommen hat, dass Gesetze, die 1992 für das Tierwohl beschlossen wurden, bei den verschiedenen Bauernbetrieben auch eingehalten werden. Dieser Teil ist gut abgesichert, für mich ist jedoch unklar, inwiefern eine Duldung der Kastenhaltung zunächst einmal ein problematischer Zustand ist. Das Thema ist dabei ein wenig unverständlich, weil Rezo hier in seiner Argumentation auf Legalität pocht, also dass die Gesetze eingehalten werden müssen, aber sehr wenig auf die Moralität eingeht, also warum die Kastenhaltung überhaupt verwerflich sein könnte. Als nächstes wird Klöckner für ihr Verhalten bei der Einführung des Nutri-Scores kritisiert. Nach Rezo hat sie verhindert, dass eine bestimmte von Verbrauchern präferierte Variante eher eingeführt wird, indem sie Studien in Auftrag gegeben hat und anschließend zurückgehalten und sogar umgeschrieben hat, als sie nicht mit ihrer Vorstellung übereinstimmen. Auch dieses Beispiel wird gut abgesichert. Allerdings kann man nicht grundsätzlich daraus folgern, dass Klöckner sich gegen eine Einführung des Scores ausgesprochen hat, lediglich nur gegen eine bestimmte Variante. Zum Abschluss soll noch einmal anhand einer Analyse des Landwirtschaftsbereichs gezeigt werden, welche Auswirkungen Politik auf das Leben aller Menschen haben kann. In diesem Teil wird durch mehrere Quellen gut abgesichert, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft dazu anhält, die Ernährungsversorgung und die Landwirtschaft umzustellen, um den im Video erwähnten Problemen entgegenzuwirken. Dies wird alles sehr gut dargestellt und abgesichert und ich habe damit überhaupt keine Probleme. Zum Abschluss wird anhand der Zusammenfassung noch einmal deutlich, welche Probleme Rezo mit der derzeitigen Politik hat. Und auch dieser Bereich funktioniert sehr gut, weil er die eigenen Erarbeitungen noch einmal auf das Wesentliche zusammenfasst und damit in Erinnerung bleiben kann. Gerade dieser letzte Bereich ist es auch, der noch einmal Wert darauf legt, die Bedeutung von Politik in den Vordergrund zu stellen und damit gute Argumente dafür liefert, warum sich jeder Mensch damit auseinandersetzen sollte. Das Ziel dieses Videos bestand darin, das neue Zerstörungsvideo von Rezo in Bezug auf seine Aufrichtigkeit hin zu untersuchen und auf Elemente hinzuweisen, die mir dabei auffallen. Dies sollte dabei helfen, zu verstehen, ob seine Argumente dahingehend meinen Überprüfungen standhalten. In diesem Zusammenhang habe ich gleichzeitig auch auf Verbesserungsmöglichkeiten hingewiesen. Rezo ist rhetorisch sehr basiert und nutzt viele Techniken mit Leichtigkeit. Grundsätzlich bin ich aber darin interessiert, dass Debatten so transparent wie möglich geführt werden und dass jeder darin ausgebildet wird, kritisch über rhetorische Mittel und ihre Wirkungen nachzudenken. Rezos Präsentation halte ich dabei teilweise für zu vereinfachend, was dazu führt, dass alternative Sichtweisen und Gründe ausgeblendet werden und einige Argumente dadurch schwächer ausfallen, als sie sein könnten. Dennoch ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich Rezos Arbeit sehr schätze. Sein Widerstand gegen Unaufrichtigkeit und für eine wissenschaftlich orientierte Politik entspricht sehr meinen eigenen Überlegungen für eine wissenschaftliche Partei. Allerdings darf meiner Ansicht nach eine solche Argumentation nicht dazu führen, Menschen auf ihre Positionen oder ihre negativen Handlungen zu reduzieren. Jeder Mensch ist vor allem auch ein Produkt der Umstände, die ihn geprägt haben. Und jeder Mensch ist für mich dazu in der Lage, Fehler einzugestehen und an einer besseren Welt zu arbeiten. Abschließend hoffe ich darauf, dass ich durch meine eigene Arbeit dazu beitragen kann, dass diese Zusammenarbeit möglich wird und wir mehr Zeit damit verbringen, aufeinander zuzugehen und an effektiven langfristigen Lösungen zu arbeiten.